Bist'n du? Auf dir kann ich nicht spawnen, weil du im Jet hockst. Spawn ich in dem Heli. Nein, dem Ding hier. Erste Jet schon mal unten. Ha, ich seh's. Er war auch da vor sich hin. Hinter dir fliegt übrigens einer, glaub ich. Ist grad direkt an mir vorbei geflogen. Da sind keine Geschütze an der Seite, will ich mich verarschen. Oh, alle Jets. Ah, da ist's ja. Ja cool, Team-switchen kannst du dich schon mal nicht mehr. Auf der Fahrt Tunguska. Da ist Snoop, ey. Torf Tunguska, kommst du wieder, ne? Jetzt ist er nicht richtig tot, wo du euch auf den Schicks. Ah, ist da markiert, da sind wir was markiert. Okay. Da sind Helis markiert, das find ich geil. Da müssen wir da mal hübsch ne Javelin drauf. Und der kriegt natürlich nen Kill. Da legt C4 rum. Ich darf wieder mal laufen. Ne, darf ich nicht. Das war im Jeep, wieso nehme ich den nicht? Du musst in dem scheiß Jeep noch scheiß 5 Kills machen. Mhm. Kannste eben. Ja genau! Ich steig in den Jeep ein, fahr los, fahr direkt auf ne Mine. Ich spaw mal auf dir. Als Pio. Boah, was schießt jetzt wieder auf uns? Ah, das bleibt da unten. Bist du verrückt? So. Ja. Ich reparier. Hin, mach hin, mach hin. Oh, krass. Kommt her. Die ganzen Hangare da unten mal zerbompt. Ich hasse es, wenn die Heli an sich legen. Boah, ich seh's. Boom, nice. Da war grad einer. Da, Jetsch. Der Snipe, der instert auf uns. Hallo. Voll krass. Der fliegt. Der hat mich getroffen, der Wichser. Hast du das grad eingerissen? Mhm. Bauen. My tanks. Ich seh's. Alter, so wie die Heli an sich wackeln, kann ich nichts erfassen. Präparieren. Nein. Naja. Boah. Ah, haben's überlebt. Ja, grad so. Der weg ist jetzt bestimmt wohl auf. Der bestimmt einfach nicht da unten. Ja, die haben die, die haben die Waffen voll genervt, ganz ehrlich. Aufklicken, Jet. Ja, warum erfasst der denn nicht? Wir müssen reparieren. Ja, der Jet war doch sogar gesoffladen, oder? Da würde ich nicht landen. Da würde ich nicht landen. Alter, wie die den Heli genervt haben. Der macht ja gar keinen Schaden mehr. Ja. F-35 Daumen. Laserpainter. Ja. Ja, der Heli, die haben den Heli so runter genervt. Da macht ja gar keinen Schaden mehr. Ich hab mit euch Sprengstoff vernichtet. Ich hab mit dem Bordgeschütz einfach nichts getroffen. Mal den Heli nehmen, das gibt ja richtig viele Punkte. R-11. Ja. Ich spawn jetzt mal woanders. Mhm. Ich hol dich dann weiter. Ja. Wenn ich hier die verfickten Jets nerven. Das Team ist grad haushoch am Gewinden hier. Ich hab mich nur wobei hier... Willst kann ich Sachen markieren für dich. Mhm. Jet zum Beispiel. Warum kann ich das F-35? Da unten? F-35. Toll, Heli wurde das klaut. Weil wir so viel eingenommen haben, war das ne Liste, dass man runter gehen muss. Gucken wir jetzt erstmal die Jets. Ja, das kenn ich. Der Jet ist down. Wenn jemand hat da was, boom. Der Sniper. Dich. Direkt neben uns rennen Gegner. Ja. Ich glaub der ist tot. Ja. Scheiße. Ey der Server lagd voll. Weißt du... Ich kann mich plötzlich nicht bewegen. Mein Typ macht einfach nix mehr. Dann krieg ich nen Death angezeigt und dann fall ich tot um. Bei dir lagd? Ja. Bei mir nicht. Ok der Server hatte auch bei mir nen recht hohen Ping. Wo bist du? Ah da. Den Jet hier. Revived worden. Gucken wir mal den Jet da oben. Beides Stück. Oh Gott. Wir haben... Wir haben C nicht mehr. Ich geh mal Richtung C. Aufkommen. Ja ist ein Heli gesofflernd. Der hat meine Gedanken gelesen. Der ist natürlich zu weit weg. Wo ist denn der? Der Heli. Der gammelt da bei C rum. Ich hol ihn ja. Jetzt fliegt er so Richtung B. Jetzt fliegt er hinten aufs Meer raus. Wenn du so Richtung C gehst siehst du den schon. Ah Medaille. Aufm Kopf bin ich geflogen. Ah da hinten ist Jet. Boah was zur Hölle. Ja ist einer useless. Nein nicht ins Wasser. So scheiß verficktes F-35. Das kenn ich. Oh ne. Das war ein Jet gestartet worden. Das sah geil aus. Also die haben mich grad so hoch abgelenkt die Jets. Das ist gar nicht mehr merkt dass ich da unten was da war. Reden direkt ab. Ich bin natürlich in dem Wasser. Woll der ja nicht so scheiße. Ey das hängt bei mir grad so hinterher. Ich töte einen. Sie kriegen Death angezeigt. Und danach erst die Hitmarker. Lol. Ah. Junge gib mir ein Med-Kit. Hier ist doch einer. Schmeiß mir doch ein Med-Kit hin. Na dann renn halt weg. Bei dir irgendwelche Tanks? Feindlicher glaube ich. Ich weiß nicht ob der noch da ist. Ey hier wird doch grad noch ein. Ja da wäre irgendwer, würde ich auch mit der Stringarm schießen. Da versucht einer unseren Transporter da unten und der ist tot. Weich. Das haben wir nicht, die Seite da haben wir nicht. D und E. Komm ich mal so in die Richtung. Ich nehme den Jeep und fahre hin. Ey, wenn der mich jetzt nicht mitfahren lässt. Hallo, halt an. Mann, ich hasse Leute, die einfach wegfahren und dich nicht mitfahren lassen. So. Ich rolle meine Räder fahren gar nicht ein. Welche Panzer oder so? Natürlich nicht. Das Gegenteil ist mal übelst schlecht. Weil wir jetzt noch der einnehmen und dann haben sie gar nichts mehr. Ich krieg einfach mein Headshot mit der F-35. Was ist das? Boah, sterb, sterb, sterb Oh, toll, jetzt bin ich hier gesandwiched Ey, die haben mal wieder was eingenommen Toll, jetzt können wir laufen Überleg, ein Spezialist den Jeep gesprengt hat Lass mich nicht mal Teamwork, Helikopter, Tanks, alles hier Jet Hä, wo ist denn der hin? Der ist tot Zimmer Bei E sind immer noch ein Haufen Gegner Bei wo? Bei E Oh, geh mal hin Ich bin tot Das war doch mal eine gute Runde Ja Na gut, das Gegenteam war auch grundschlecht Keiner hatte eine Chance gegen der F-35 gegen mir Alles weg genoppt Ich bin mal pissen Medaille Ohne eine Medaille habe ich bekommen Na die F-35 schon gut Gute Stück Gute Stück Ich bin tot